in diesen Blumen Arsch und Maun steckt so viel Herzblut wir müssen bei uns aus üblen Machenschaften beenden wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir hier ein paar Kleinigkeiten nachlässt Möden Hände von Gegnern Möden das soll ganz bekannt für seine Mode sein nachher ein berühmtes Hochzeitskleid das Schnixenkleid gibt es dort was für Pich geschehen ist Oh nein das Seeland Sie Legende 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 Und wir mit unseren Hipsterhouten Rodals über dem See Das sind die Bewohner hier Ach du Scheiße Unerhört die Hand die Hand nicht so ungeheuer sind hier völlig ungebetene durchgerauscht Sie haben das schönste Kliniksekleid unser Landesgestorben fürchterlich Das ist ja noch was um Dreckend und wir sind hier in ja hellbraun ne zu gleich die rosa coins sind tropfen ja ok das ist äh na klar nein so bisschen ruhig hier gerade was haben wir denn da aha da muss man hin wo ist äh einladen oder geschäft so ähm da muss ich mich jetzt nochmal umziehen alles klar ne ich glaube ich lass das erstmal oha nein die ist verkackt oh oh diese Ausdauer oha oha das kann man wieder verkackt neu machen ich glaube man hat auch genug Zeit oder ja nun ja im kühlen nas sünn was wats 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 was ist das denn hä ein reißverschluss was oha ok schon mit der eigenen kann ich nochmal reden der reiht hinter mir durch geht's zum aquagrund da ist irgendwie so ein ich verstehe nicht was ist das ok äh ein haufen minzen ein haufen minzen das wasser ist unser wahres zu hause alles klar schnell nochmal aus das ist lustig das ist lustig das ist lustig also hier war die noten sie haben die treppe zum abgrund zerstört was ist das was ist das ich bin so lustig ein reißverschluss der jetzt einfach alles aufmacht wie das ist so jetzt gehen wir mal zu der warte also sollte einigste weg das war schöner und die luftblasen sind glaube ich lüft guck mal ob es hier guck mal einer so was kennt man ja das ist doch immer so das muss doch gemacht werden silvato so was passend dazu ist so da kann also sein seine seine nippel mal zeigen, was ist das denn für eine frise, das ist so eine mütze und dann hat er so für die haare Albert einstellen da was hm schnau einfach da oder? der sieht aber auch kacke aus schnau einfach mal so jetzt haben wir es kommt ja nicht auf die rüstung an hier in dem spiel hm 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 h hm 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 h 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 Oh ja, hier ist es. Das ist so doof, Alter. So, zwei Wege, ich gehe jetzt mal hier den Weg. Geht mal her, der Lachs. Schatz, im stacheligen Wassertunnel. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Sauerstoff. Okay. Oh oh. Halgen greifen uns an. Oh, die kommen ja wieder. Boah, geil. Boah, das ist ja mega gar was. Die können jetzt frischen müssen. Oh. Toll. Was ist das denn für Fino? Ja. Hoppe, hoppe, duri. Ich würde gerne wissen, wer diesen Fels hier reingeshit hat. Furchtbar. Hallo. Hallo. Wo ist das für mich? Wo ist das für mich? Wie ist das für mich? Wo 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 ist das für mich? Da ist es auch noch. Aber warum wir den unbedingt denn? Schieb schieb. Das ist jetzt nicht so, dass es da so notwendig wäre. Jetzt schnell den Sauerstoff weg, ne? Scheiße, es ist wiedergekommen. Scheiße, eigen, Alter. Rote Map, ey. Sie haben unser Heißgeliebtes Schnixen gestohlen. Dann war irgendwo noch ein Heißverschluss da oben. Mein Level. Ich weiß, wo du zu leveln. Das ist geil, ey. Wie feier ich das? Total geil. Was ist das hier? Boah, ein Schlüssel. Okay, da ist schon ein ganzes... Am Ende. Ich bin ein Reißverschluss. Ich bin ein Reißverschluss. Ähm. Hey. Okay. Ich bin ein Reißverschluss. Okay. Schlüssel aufmachen. Hier war das. Ja. Hier war das versteckt. So, dann gehen wir mal nach hier lang. Das ist mega geil. Die Idee ist so geil. Ganz einfach und dann geil. Ich bin ein Reißverschluss. Hier ist es so geil. Gibt es noch mal? Ja. Ich bin ein Reißverschluss. Gibt es noch mal. Ich bin ein Reißverschluss. Ah, wir können das so machen. Sogen die. Tschüssi. So, die Reißverschlusskluft. Nice. Tschüss. Was ist denn da oben? Hey. Hey, wir kommen denn da hin. Hey. Hey. Ob der das mit einem Dreifachsprung schaffen kann? Ich wese ja nicht. Er ist schon abgesprungen. Scheißegal. Es war schade, aber ich weiß es selber. Wie das geht. Oh, was wir da hinten gesehen haben, oder? Doch, das ist ein Mond. Hallo. Yeah. Schieb, schieb, wechsel. Oh, da oben ist auch noch was. Okay. Ah. Ha. So, und hier oben war auch noch was. Hab ich geflügt? Guck mal da. Also, platziert. Hier hast du die. Tuppen schon. Oh, da kann es auch noch mal. So, ich kann mal today machen. Oh, ich glaube. Oh, okay. Isch. Der Ton pro... Aaaaah. Aaaaah. Mundstöcke im See. Nice. So, ansonsten hat man ja alles, ne? Ist dieses Unheuer noch da draußen? Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage. Alles klar. Na, aber da geh ich gleich hoch. Oh, ein PG-Sack. Ha. Huh. Was ist das denn? Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm die Setsbelohnung. Ein Mord. Unser geiles Kämmerlein. Oh, nice. Geiles Kämmerlein, das finde ich schön. Oh, lecker schön. Ach so, hier geht's hoch. Oh, Gatebuster. Oh. Oh, der Gockel. Wohin hast du denn? Ach, ich weiß, ich weiß. Ah, ah. Ich kann's hier nicht heratmen, aber ich gebe dir einen guten Hinweis. Akrobatische Zugabe. Der ist hier irgendwo verschlägt. Such ihn für den Jeep. Wie kann man denn da? Hey, das ist tief. Hey, was ist denn hier? Boah. Ich hasse dich ja kaum. Das ist ja voll verarscht. Der macht mich zwar in den kurzen Baum nicht. Mit Schieb-Schieb komme ich auch nicht hier lang, ne? Nein. Ne, es ist unmöglich, wa? Wie kommen wir denn da hin? Hm. Hey. Hast du ihn vergessen? Ne. So, ist alles da. Töne mal. Ich will mal ein Karpador. Oh, das geht. Ah, ist ja gut. Nein, du sollst runter. Ich dachte schon, die können nicht irgendeine im Wasser sein. Deshalb habe ich das nicht ausprobiert. Auf die Klo spüren. Oh, ein Toad. Also, schwönen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hier hingekommen bin. Oha, aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond entdeckt. Den schenke ich dir. Lass uns schwönen, Captain Toad. Jetzt haben wir alle Runde, die wir haben wollten. Können wir eigentlich schon Schluss machen. Okay, komm mal direkt da wieder an. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal da, ne? Ich würde glaube, ich glaube, ich glaube, ein Fisch mit. Ah, ne, komm, lass mal. Ja, oder? Da, komm. Auf nur sicher kann man immer gehen. Glaubst du es? Alter! Warte. So, patsch, 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 patsch. Wuiiii. Plopp, 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 plopp. Okay, hier ist ein Laden. Ist irgendwie lustig. Naja, egal. Hier ist noch ein Schloss. Jetzt kommen wir jetzt auf. Nein. Äh, wir sind jetzt beim nächsten Mal. Tschüss.